Ist das eine Annie Support 96 Mitte? Ja gut, aber die Annie, die müsste ich ja eigentlich relativ gut wegzonen können mit meiner Reichweite. Ja, ich hab schon keinen Bock mehr auf Level 6. Ohhhh. Erst dann Tindas und dann einfach die Ult von MF. Sobald die mit dann nach vorne geht, polymorph ich die. Oder halt die MF. Panic Flash einfach direkt weg. Apfel fragt, ob wir danach noch ein Sexy-Checks machen. Denn eins kann er machen. Hm? Ja, Fynn. Krass, die haben ein E-Sports-Team. Geil, die beiden Unis in Birmingham haben beide ein E-Sports-Team. Und die haben sich gebettelt in der... Wie heißt das? Im Petakill Café? Hab ich dir das Foto eigentlich geschickt, Chiron? Nee. Ja, hab ich jetzt auch nicht mehr auf dem Handy. Aber von dem, von dem Petakill Café in Birmingham. Das war so geil. Wir sind da dran vorbeigegangen. Ich so, guck mal. Guck mal, hier ist voll das E-Sports-Café. Und dann, was sitzt da drinnen? Einfach 10 Koreaner. Ja. Ja. Übelst Klischee. Und das hat auch noch gut abgehakt, weißt du? Oder war das das Petakill Café? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde mal gegen Koreaner Tetris spielen. Ich habe mal gegen Japaner gewonnen. Boah. Vielleicht war der aber auch kein Japaner. Vielleicht hat der nur so getan. Vielleicht sah er nur auf dem Bild so aus. Jetzt habe ich ein Ohr rum. Ja, ich auch. Aber wenigstens nicht von dem Böhmermann-Lied. Das kenne ich nicht. Der amerikanische Präsident ist ein orangeer Psychopath, der gesteuert wird von einem versoffenen Nazi. What? Was ist das für ein Lied? Das ist so ein Jingle. Den spielt der immer zwischendrin mal ein. Ich finde es nicht gut, dass wir pushen, bin ich ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Rango. Mhm, okay. Ich habe ein bisschen Angst vor einem versoffenen Nazi. Hat der da schon First Blood abgegeben? Achso, okay. Ich bin gleich worden. Jetzt bin ich worden. Jetzt bin ich worden. No! Oh. What? What up? Alles gut. Oh. Oh. Jetzt dann. Ich habe sie getroffen. Mit der Glitter Lance. Ja, ich Glitter Lance die einfach für immer. Voll nett. Glitter Lance. Oh echt, ey. Ja, er kann sie nicht, ne? Das ist gut. Okay, ich finde es nicht schlecht, dass sie pushen. Okay. Dann lasse ich es zu. Ja. Sonst hätte sie geklitter Lance. Ja. Ja. Nein. 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 Weißt du, dass ich nicht schlimm bin? Nicht vor meinem Star-Support. Hey, du lachst? Darf ich nicht zu jedem Support? Ja, du hast ja auch nur einen Support. Stimmt. Also... Jonas holt auch immer seine Gitterlande raus. Ja... Hab ich nicht verstanden. Hast du die einen Top-Strike? Ich war einfach besser. Au, 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 au! Ich hab die gebaitet. Damit das Team da unten rein kann. Ich will euch ein PTP wieder! Ich glaub die eine Nächste. Das war übel nice, da wer brennt doch mal. Und... Der geht besser nicht gut. Ja nicht! Wie muss da nicht? Ich hab nicht. Run! Warum wandte die Masse hier auf einmal weg? Ich will ja auch alles raus. Das wäre das nächste. Das hat man gespürt. Ja? 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 Hallo, wir haben zufrieden mit dir. Ja, wir haben zufrieden mit dir. Und? Der ist auch zufrieden gekommen, also der darf... ...und... Keiner von uns hat noch irgendeinen Samassbett ab. Hey, yo! ... 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 Warden und Endwarden, weil ich glaub, die äh, war denn da gerade am Warden? Nö, doch nicht. Okay. Ich hab dich eskortiert. Du hast den Kill auf der Botlane. Oh, vielleicht hab ich gerade meine E verschwendet? Nein, du wolltest da nur ein bisschen die Pflanzen gießen. Mit meiner Papa. Ja. Achso, und nun mal so mal. Genau. Ich hab bald, äh... Oh, die Annie ist noch immer nächstes Level 6. Ich bin halt schon wieder zugespampt im Whatsapp. Keine Art nicht. Pass 4 Queues auf. Ein orangeer Pizza, der gesteuert wird von einem versoffenen Nazi. Die Annie hat bestimmt gleich, äh, Level ab. Ja, so ein, zwei Minion nur. Jeiter und Stich. Ailes? Du hast dich ausgesicht. Oh, ich bin nicht in den Zorn. Ich bin ja auch immer noch ein paar. Das war die Zorn lassen. Ich bin nicht in den Zorn. Ich bin ja auch immer noch nicht in den Zorn. Wir können nicht in die Zorn. Ah, jetzt gleich müsste er Level 6 sein. Sollen wir vorher angreifen? Nein, nein, nein. Ich hätte dir einen Stunt verbraucht. Rein theoretisch gesehen könnten wir sogar back gehen. Ja? Können wir noch ein bisschen rein pushen? Ja. Jetzt ist er Level ab. Nein. Noch nicht? Was macht die denn? Die war ziemlich viel in der Mitte und so. Jetzt ist er Level ab. Na. Na gut. Irgendjemand ist ein rungser Psychopath, der gesteuert wird von einem versoffene Nazi. Oh nein, ich bin ja ein Trottel. Ich habe jetzt zwei Punkte in allem. Ich weiß nicht, warum ich eben Q geskillt habe. Oh ne, warte, der liebe Lane Gang. Lass die pushen, lass die pushen. Ich hab' das gemacht. Ich hab' das mal raus. Ich hab' da gerne ein bisschen rum-batten. Ich hab' da gerne ein bisschen rum-batten. Baid, baid. Oh oh, oh oh. Oh boy. Nein. Nein. Oh shit, da kommt ein Dinger. Ich def alles, ich def alles. Oh, jetzt ist er tot. Ja. Oh, wenn er das überlebt! Ja! Der Ranga ist so kacke! 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalalalalala! Oh, der ist halt echt kacke! Oh nein! Ist das ein Krimi, ey! Das ist schon krass. Oh. Der ist halt ganz alleine. Oh, nice! Ah! Ähm! Okay. Na gut, ich hab nicht gesehen, dass der kommt. War worth. Ja, ein Double Kill. Warum hätten wir nicht so ein Team eben haben können? Ja, du kannst halt nicht immer die geilen Teams haben. Das ist wohl traurig, alle 10 Games für so eins. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Auch wenn du gesteuert wurdest von einem versoffenen Nazi. Also dazu muss ich ja sagen, ich bin ja hier momentan immer der Hund, ne? Just saying. Ja. Ups. Ja. 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 Warte, du wurdest gestaunt? Ja. 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 Ich mein, das hier sieht ja, das ist ja noch ein super ausgeglichenes Spiel, oder? Ja. 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 Halleluja, nur der Mann im Hof. Schaut, wie die kleine Ari schläft. Ja. Nicht? Nein. Ja siehste, haben wir für's Towerblatt bekommen. Haben die irgendwie mehr Items als ich? Nee. Ich darf halt nicht in Range gehen, sonst ist die Duty wieder tot. Er je ist bei uns. Nee, 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 nee. Ich kann nicht. Doch nicht. Ich bin ja richtig schwer in Sport. Kannst du gegen die Annie? Dann geh ich mit ihm mal rein. Gegen die Annie haben wir kein Problem mit ihr zu erkennen. Ja. Ich komme jetzt wieder zu dir. Ich würde es auch mit dem Moven können. Okay. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Der Six kommt botler hin. Mhm, geh weg. Geh weg. Wenn du weg gehen willst. Oder wir mithelfen oder so was. Oh, ich könnte machen eine kleine Clearing-Tour. Das geht eigentlich ganz gut. Ich könnte irgendwas machen, aber es ist halt nirgendwo einer da, mit dem man was machen könnte. Shit. Okay, der holt den Bot-Power. Nein, die Bot bleiben sollen. Ach, Quatsch. Gegen sich kannst du da nichts machen. Ja doch, wenn wir die wegtreiben. Ach, nice. Ja, süße. Reki hat getefft. Jetzt noch nicht parken lassen. Ach, kacke. Ich hab gar keine... Ich hab gar keine Manas mehr, aber die heißen ja Wards. Ich hab ne Wards. Ich hab ne Wards. Ich klein. Mein. Mein. Ich hab ne Wards. Wir brauchen hier halt Hilfe. Er oder Top-Land. Ja, der muss den Top-Land-Tower holen. in der Nähe aus. Ich hab ne Wards. Aber der Rengar ist nämlich, äh... Oh boy, jetzt wollen sie den Bot-Land-Tower wirklich haben. Ja, kriegen sie auch. Äh, ich bin weg. Jo, ist schön. Ich meine, wir sind nicht gestorben, das ist schon mal gut. Ja, beides haben, das brauchst du auch, ne? Ja. Das geht eigentlich immer. Äh, geht halt Balls Deep, ne? Ja. Ja, das hatte ich auch vor. Oh la, ups. Was denn? Leider hab ich das Ding kaputt gemacht. Welches Ding? Achso, das Springding? Ja. Ja. Wie dann? Gehst du da mit rein? Ja. 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 Wie geht's dir da unten? Ja. Okay, gut. Ich hab Ulti und so. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Mhm. Ich wär trotzdem hier für den Bait. Oh ja, bait immer. Aber bleib bitte hier irgendwo stehen, dass ich Fuschen hab, dann kann ich rüber schießen. Ja, oder? Warte. Ne, ne, wir baiten lieber nicht. Na, wie die da hinten abgehen, ey. Wenn der Darius bei denen durch die Bait läuft und all so'n Scheiß. Ich geh weg, ne? Ja. Ich geh mal, ich geh mal Mitte. Oh, was die da machen. Geh mir völlig durch. Na, ich geh dann doch jetzt mal weg. Ja. I'm out. Du musst auch weg. Die kommen jetzt alle. Da ist niemand mehr, der Druck macht. Mhm. Schönchen. Da wolltest du einmal mit Lanes spielen, ne? Mhm. Never lucky. Awww. Oh, naja, unsere Midlane ist ja auch relativ gut. Ich sag jetzt extra noch relativ gut, damit ich besser dastehe. Aber sag's gar nicht. Ne, mag ich nicht. Na, genau. Wait, what are you doing? We'll play. We'll play. Was hat der da gerade hingeholte? Ich glaube ja. Ja, hat der. Der Rengar ist einfach da so, er hat toll von jetzt. Nimm mal die Valve mit, ne? Krieg ich wenigstens Farm. Oh. Da la 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 Da 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 Ich weiß nicht ob wir hier weg gehen sollten Na Alles gut? Ja? Ganz ok soweit? Bei dir? Ja 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 Oh mein Sven ist halt gefangen Ab Dauer Naja Oh 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 ist zuhause Was hat er gemacht? Der hat geultet und ich bin halt vorher geflasht Hat also ins Leben geultet Oh Den Javan hat man auch kaum gesehen ne? Da war ja noch ein Kopf Ja Oh Und ich so tschüssi Hehehe 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 Trollchen 2,1,11 2,2,4 183 Fahr Toll 2,2,3 2,2,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 Hm? Doch ey Was Was denn? Was? Das Kobi vorher im Chat geschrieben hat Ja ja Ich war ja selber entgegeben deswegen hab ich es nicht gelesen Ich hab nur das gelesen was er mir im Kale Chat geschrieben hat Aha was hat er dir denn geschrieben? Habe ich doch vorher gesagt? Oh Äh Was hat er geschrieben? Das äh Das äh Das äh Spröki Das ich mich nicht beschweren soll Und das Spröki Äh Wenn gefeated wurde Deswegen 14 Tage Bun bekommen hat Ach so Lulu Puscht du mal die Botlane Lulu pusht mal die Botlane Zero kommt Und die Gegner halt auch Gegner Die Gegner können mich mal Oh Alter das ist das erste Mal das ich die Rengar holte Ich meine ich bin Full Damage Support Ach der Rengar kann überhaupt nix ey Oh der Karte der will nicht sehen die Kelle Ey der Rengar gehörte mir Der Rengar war mir Nein man der Rengar der war schon eben mir Hallo Hallo Apfel Habt du ja gewonnen schon? Gleich ja Ja Okay dann können wir ja gleich los sehen So wir die haben gerade aufgegeben Yay siehste komme ich genau richtig Hihihi Ja juhu der geht endlich los Dann kann ich um 15 Uhr mich fertig machen und los gehen also los Ok Ok alles klar Hey Ich hab noch A minus Los los einfach Chorie Auf See you Bye 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 Bis zum nächsten Mal.